hallo ich will doch okay 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 der teppich ist anders es ist doch endlich jetzt doch mit dem wir sagen ja willkommen zu einer neuen folgen minecraft verraten hier auf mein kanal so genau die letzten drei folgen waren irgendwie was immer nacht oder so was sind wegen halloween und da war eigentlich immer da war eigentlich immer so dings so versteck vom geist dahinter das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr okay jetzt kann ich das bilder wieder platzieren so genau heute habe ich eine gute richtig gute erkundigung nämlich wenn man jetzt schon mal raus geht ja jetzt sieht man auch da haben wir schon was gesehen da haben wir schon was gesehen und seid ihr ready genau das ist jetzt der franzl merch hier wie gesagt jeder der franzl freiert der mich freiert hier gibt es jetzt ein merch auf jonasland 30.shop einfach wie hier eingeblendet und genau es gibt nicht nur so so einen normalen merch hier sondern es gibt auch noch richtig viele sachen zum beispiel ein t-shirt mit allen möglichen farben mit rot mit grün mit blau alles mögliche da gibt es auch federmäppchen mit so franzl design schaut richtig cool aus eigentlich und so weiße tassen wo der blaue himmler so spiegelt richtig cool und es gibt natürlich ein hoodie für die warmen seiten für die kalten seiten und ja es gibt ja vieles mehr zum beispiel einen rucksack einen schulrucksack wo ihr irgendwie in der schule sowas mitnehmen könnt und ah hallo zieck dir was an ich geh weg an bitte bitte zieck dir was an hallo 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 geh weg an zieck dir was an zieck dir was an hallo kopf schmerzen ich weiß gar nicht werte wo hast du so einen großen kopf äh detlef geh weg ok jetzt heikar medwurst was hast du gemacht was hast du gemacht am teleporter teleporter ja detlef oh ja detlef das ist cool geh fliegt ja mit einem flyer oder so eine welt geh wo kriegt man das detlef ja julian ausdörern 30.shop so wie eingeblendet Kopp! Polizist! Polizist, ja. Ja, Detlef. So, hallo! Versteck dich! Hallo? Ja, alles gut, alles gut! Wie geht's jetzt? Zweimal! Gansl! Gansl? Wie geht's da? Wie geht's da? Alles gut, alles gut! Okay, Detlef, du musst wissen. Der Bankkontotyp, der Bankkontotyp, der hat ihn verflucht, verstehst du? Der ist jetzt irgendwie nieder. Ja, ja, verflucht! Okay! Ja! Okay! Ja, was ist? Was ist? Ey, du bist im Ernst! Kann ich dir nicht schlagen? Detlef, Angst! Brauch! Detlef! Detlef, muss Teleport machen! Muss Teleport machen, Detlef! Jemand braucht... Einschlafen! Na, was mit Ruhe! Einschlafen zum! Hey, Teleport! Ah! Oh, jo! So geht's natürlich, ja! Ähm, so! Detlef, Angst! Detlef, Angst! Detlef, Angst, okay! Ich schau mal hier raus! Ja, Detlef, ja, Detlef geschlafen! So, jetzt schau mal! Hier sind wir das Lettland! Das geht eigentlich auch oben! Detlef, ich schlafen kann allein! Ich schlafen kann, Detlef! Ha! Ha! Komm mit! Oh! Äh! Was machst du? Hallo! Warte mal! Hallo! Postboot! Postboot! Hier! Hallo! Was? Hallo! Am Fenster! Hallo! Am Fenster! Verstellt mich still! Es gibt vier! Es gibt vier! Es gibt vier! Rühre! Ah! Hallo! Wie bist du? Oh! Oh! Zugemacht! Ich habe keine Lust dir das zu erklären, aber... Ich habe gesehen, da ist so ein kleiner Wicht wie du gewesen! Und der wurde verschleppt und nach dahinten gebracht! Herr, wo dahinten? Da hinten? Keine Ahnung! Dieser Haufen mit den Mauern! 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 Mann, Mann, er Lettland! Wollen wir Lettland? Ja, keine Ahnung! Dieses Muttersöhnchen! Ich habe keinen Bock, Alter! Ey! Kriege ich jetzt wenigstens eine Belohnung! Ah! Ähm! Äh! Ich glaube der Bankrototyp hat jetzt einfach... Äh! Einen kleinen Franzl entfernt! Detlef! Äh! Brauche ich ihn gerne! Äh! Ich glaube der Vermieter wird natürlich noch mitmachen! Ich gehe jetzt einfach mal zum Bankrototypen! Vielleicht... Oder... Vielleicht... Irgendwo ist der wahrscheinlich! Vielleicht ist er im Safe drin, oder was nicht! Ähm! Okay, da ist einer Kürbis, ey! Hallo! Warte mal! Da ist der... Da war der Dings, gell! Der... Der Dings, wo man runterkommt! Die Kanalisation! Was ist jetzt zur? Wie sagt? Vorige Folgen! Einfach rechts oben beim i-auschecken! Da war der Timon Franzl bei mir! Okay! Ähm! Hallo! Bankrototyp! Bist du da? Ähm! Hallo! Hallo! Neu eröffnet! Äh! So! Ähm! Hallo! Bankrototyp! Okay! Der ist nicht da! Was sind immer da Kürbisse? Ähm! Hallo! Ist da irgendwer? Ah! Wer bist du schon wieder? Äh! Warum? Bauer erstmal einen Kaffee! Äh! Ah! Böse! Hast du vielleicht irgendeine Kleidung? Kleidung? Ich hab keine Kleidung! Ich hab da... Ich kann nur 1 Euro geben! Ich will ihn nicht sehen! Ich will ihn nicht sehen! Mach den dir zu! Äh! Dann peinlich irgendwie! Ich werde dich... Ich werde dich als Experimente vollenden! Experiment? Wo ist er denn? Da ist er! Da ist er! Warte mal, ich renne mal hinterher! Das Experiment! Wir haben genug Zutaten! Zutaten? Was für Zutaten? Oh! Heute ist er da! Die haben sie richtig ausgebaut! Heute ist er da! Bei mir bricht keiner mehr ein! Okay! Nicht heute! Warte! Warte! Ich glaub da oben sind Kameras! Das sind Kameras! Warte! Was war denn? Oh! Hab ich was gehört? Aber das ist mein Telefon! Mutti! Warte! 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 Ich hab dir doch gesagt! Du sollst dich mit der Lisa treffen! Das ist ein nettes Mädchen! Die Lisa ist aber hässlich! Na! Warte Lisa! Wenn du dich mit dir triffst und mit dir zusammenkommst, dann können wir eine Pfannfusion machen! Dann kriegen wir noch mehr größere Zins! Mehr Zinsen! Okay, wenn sie das sagen! Zinsen? Und der Onkel hat nichts dagegen! Na! Warte! Warte! Das ist ja gerade eingegangen! So eine Kameras muss ich schauen! Kann ich es zeigen! Warte jetzt! Schau dir um! Halt irgendwie rein! Oh! Oh! Alles gut! Geheimgang! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? DJ Bobo! Shhh! DJ Bobo! Nein! 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 DJ Bobo! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? DJ Bobo! Ich habe das Gefühl! Oh! Was ist da? Ich habe meine Bündel starten! Ich habe das Gefühl! Ich habe das Gefühl! Hä? Oh! Was? Warte mal! Was ist das da unten? Oh! Was ist das? Äh! Hallo? Ist das... Ist das der Monker? Wie ist das? Wie ist das? Monker! 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 Was tut der Ingwer bei den Kassel? Hallo Babyfranzl! Ich kann nicht zum Essen kommen Mutti! Na mein Sohn, du musst jetzt doch die Lisa treffen! Der Lisa, ich mag die Lisa, aber nicht die Sturzessen! Ich mag dich nicht nur für! Nein, die Lisa mag ich nicht! Doch, du wirst dich nicht treffen! So, schlöscher! Ich kriege einen höheren Sündsatz! Ich muss doch meinen neuen Bündnispartner füttern! Warte! Bündnispartner? Wo ist denn er jetzt hingegangen? Oh, du kommst da raus! Ok, wo ist er jetzt? Ist er da raufgegangen? Du kommst da raus, hat er gesagt! Nein, komm zurück! Wo ist er denn? Hey! Hä, wo ist er denn? Ist Babyfranzl, Babyfranzl? Bist du irgendwo? Nein! Mein Bündnispartner würde es nicht mögen! Babyfranzl! Schlöschlöschlöschlöschlöschlöschlöschlöschlöschlö... shlöschlöschlö complètement Aus��, aus 이런, komm komm frustriert Sch Hemmer. Hey du da vorne! Vargel! ganz schön. ÄH Mur? Sidar mir? ich sehe was passiert also wirklich entführt das gibt es ja nicht ich glaube das muss sich bei der polizei melden so auch schon eine autor sagen ich noch ein bisschen was es gibt es nicht wirklich was entführt muss wirklich ein crew demnächst erstellen oder so was ist das warte mal warte mal war das nicht irgendwie eine resserie mal vermieter wohnt da wer hast du ob da wer wohnt vermieter hallo vermieter glaubst du ist da pingdong vermieter vermieter leonardo galgen boobs ist er da also gegen streich ok ding dong ok schnell hoff doch vermieter kommen wir jetzt nicht gleich ok ja gehen wir mal schnell ok ähm jetzt kannst du wieder reingehen ja falls du nicht weißt was das ist das ist scheiße jetzt bist du nur in groß wo ist der hallo nichts für kleine kinder вет geht 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 in luftschne und weg rein ja 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 nix für kleine kinder geh wieder rein dess mold häh was hä ich steu am boden hä bitte bitte gehs raus aus meinem haus ich will sie nicht sehen da geht ins hausse ich hab ne hohe angezogen du déb ah hallo ähm warum sind sie immer in meinem haus das ist ja unverständlich ich hab keine ahnung wo ich sonst hin soll Haha, Glatzi, schlief Matratzi! Was? Oh! Ja. Äh, komm ich da wieder runter, wo bin ich denn jetzt? Oh, ich glaub ich bin im Haus runter. Äh, komm ich da wieder runter. Wo ist denn Helikopter? Wo ist denn Helikopter? Äh. Ha! Telefone? Ah, ah oh na, wo bin ich denn jetzt so ah? Hallo?! Äh, Movingons? Kannst du mir helfen, äh? Ich glaube unten ist eine Litt 묻 Boden Was mach ich mal mit dem Nobbess? Der hab schon lang nichts mehr gehört. Ah, BallMScendo? Kannst du mir helfen, äh... Hallo! Ähm... Ich das doch. Komm doch nicht raus. Kannste eigentlich einen Eingang bauen. Jaja genau, wir brauchen einen Eingang. So, ähm... So. Ich habe nämlich noch hier ein paar Dings, ich kann ja bei dir aufhängen, aber ich habe da nämlich noch ein paar Brüder für das, und jetzt noch die Frage, was weiß ich, da, ein Dings, das passt schon, ja, alles gut, alles gut, alles gut, ich habe noch ein paar Brüder, auf, da, passt schon, und da, so, ja, ja, ich gehe schon, ich gehe schon, ich gehe schon, ich gehe schon, okay, 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 mit dem würde ich auch sagen, das war's, Irgendwie mit der folgen, war ich schon Franzl, äh, okay, der mit der Kitten-Sektor, ich weiß nicht, der mit dem und Franzl ist immer schlimmer, 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 wann, du, äh, kleine Baby Franzl ist einfach, äh, irgendwie, keine Ahnung, der entführt oder so, wie gesagt, hier auf shop, äh, jonasver30.shop, ähm, mein Shop aus, äh, auschecken, und übrigens hier, ähm, an Franzl seinkaufen, das schaut nämlich richtig cool aus, ich gehe jetzt mal auf Twitter, äh, alles in der Beschreibung verlinkt, auf Twitter und Instagram, hier, äh, äh, verlinken, und dann, äh, like das Bild auch, oder boh, schaust vielleicht den Franzl in die Videos an, und, äh, ja, wie gesagt, einfach allein bei dem Blub, Grün, Blau, Rot, alle möglichen Farben, Gelb, ähm, und ein Hoodie, für die, für die coolen Seiten, und auf jeder Banal, also auf jeder Banal sagt man in Südösterreich, hallo Fortnitekind, und, ähm, äh, äh, praktisch so eine, so eine, so eine Federmappe, wie, wie man es halt sagt, ähm, und, ja, so eine kleine Tasse, die richtig cool ausschaut, auch mit dem blauen, dem weiß hier, mit dem Himmel, ja, unbedingt, äh, einfach jonasver30.shop, und dann seid ihr auf meiner Shop-Website, so, äh, äh, Fortnitekind, was willst du? Fortnite? Fortnite? Was willst du Fortnite? 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 Bist du irgendwie zuletzt beim... Ich hab hier ein... Ich, äh, F-Yorks kaufen wollen, free, free, gratis, wie mein Accounts ist weg. Wirklich? Oh. Ja. Warte mal, ich frage mal, großer Franzl? Hallo, äh... Ja, ich werde diesen kleinen Benge... Nein, 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 z- Fortnite... Ich werde dich jetzt kriegen. Hast du sein... Hast du sein... Oh oh. Hast du sein Dings? Hast du sein Account gestohlen? Hol dir den Account zug. Hol dir den. Hol dir den. Der hat nicht dein Account. Hol dir den. Okay. Oh. Oh oh. Äh. Wer da was schaut bei Fortnite? Okay. Wer da? Äh. Episch aus. Episch aus Rieg. Ich würde sagen, lass ein Like und ein Abortausch. Checkt jonasn30.job aus. Und ähm ja. Äh. Aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Franzl Folgen. Äh.